Und jetzt sind wir schon wieder da, ich hab noch ein paar Kräfte aufgerufen. Lade nach! Jetzt gibt's hier mal ein bisschen Spray vom Pfeil. Ey, das ist mir jetzt hart, da sind dann auch viele. Wir sind jetzt im Einkaufszentrum oder sowas. Nimm's grad auf! Oh, die Waffe ist gar nichts für mich, die Waffe. Riss? Nimm's grad auf? Jaja. Oh, hallo! Also du nimmst auch auf, ne, ey. Ich hab dir aber auch schon mehrmals gesagt. Oh, bitte nicht, nein. So. Oh. Wir sind jetzt im Einkaufszentrum. Ja. Du kennst das schon mal. Du kennst das schon mal. Heute Abend, guck mir noch Jam4Dead an oder sowas. Ich bin viel. Kann ich bei dir vor- Molli! Wo sind Molli? Kann ich bei dir vorbei, Molli? Machen wir hier den Abend und dann... Oh, zu zweit? Ja. Iuiui. Hör auf, ey. Du machst mich ja ganz rattig grad. Ich liebe sie. Molli? Nein. Der Mill Panther ist da! Hilfe! Wo, wo, wo? Bei mir! Ja, du bist schon wieder hochgewandt. Mach mal hier einen auf Teamplayer. Ich gebe einen Kack auf das Team. Der hat euch gefickt. Der holt mich. Der nimmt mich. Der macht die Reicherstellung an mir. Oh, fuck. Okay. Ich werde schätzen hier lang, oder? Oh, oh. Scheiße! Riss! Wer hat genommen! Ich mag eine Akimbo Magna. Wird dir Spaß machen. Das wird richtig Spaß machen. Ich meine, ich werde verarzen. Alter, wir sind sie am husten, ey. Ich gebe denen gleich mal eine Pachtung hier. Ja, das sind die Raucher. Guck, da sind die Raucher. Ja. Ja, da sieht man es dann wieder. Die stehen aber auch im Rauch. Die sind auch dumm. Das habe ich... Ich habe mir vorhin ein Video angeguckt, und dann, hey, man soll nicht im Rauch stehen gehen. Ja. Nee, echt? Hast du nicht gegessen? Hast du nicht gegessen? Hast du nicht gegessen? Ja. Bis, 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 bis. Freitag, äh, ja, bis morgen. Was ist das? Oh, keine Ahnung. Ich würde sagen, lass mal über irgendwas reden. Nicht so hier über der 2, sondern über die Community reden, hä? So, bitte nicht. Oh, ich mag das. Oh, ich mag das. Hm. Guck mal, ich habe, ich habe ja eine... Es fällt mir gerade erst auf, dass ich eine Taschenlampe habe. Guck mal. Jetzt müssen wir runter. Ey, wir haben ja gestern das Wort, äh, shoppen bei uns erwähnten im Video, ne? Ja. Vielleicht ist bei denen auch so. Vielleicht ist bei denen shoppen auch so ein Schnuller, wenn ihr seid. Ja, ich bin nicht aktuell. Boah, jetzt hab... Ja, stimmt. Ich erkläre den Leuten nochmal, was ein Shoppen bei uns ist. Ich hände es heute, ja. Das ist einfach, ja, frei mit... Ja, nee. Cola. Ja, mit Cola. Das ist ein Cola-Shoppen. Ander-Shoppen? Ja, Cola-Shoppen eigentlich, Standard. Das ist ein Shoppen. Und wir, äh, kennen so einen, äh... Tolle Lunden, ich weiß nicht. Bei denen ist ein Shoppen halt so, weißt du, das sind die Milchflasche und man so ein Baby gibt. Ja. Und hier, komm, ich hände Schoppen für das Handy. Und dann... Willi, mach doch ein Shoppen für mein Baby. Ja, komm. Ja, ich hab mal so witzig gemacht, wenn die dann so zu uns ziehen würden. Dann so... Von hier in die Kneipe, so... Ey, komm, mach doch mal ein Shoppen für mein Kind, oder... Das ist ja das, das ist doch, das ist ja nicht drei Monate alt. Ey, und ihr kriegt eine schöne Shoppen. Ach... Ach... Jawoll, ey. Jawoll, ey. Witzig, wir sind Tänisch. Aufpassen. Tänisch habe, ey. Zum mitnehmen. Atz! Atz! Nein! Der Kriegs wird genommen! Ich werd festgenagelt! Von Milfhunter! Erschießen den Hunter, ja. Batz, 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 ey. Batz, guck mal da. Warum nicht der Helfer, alter. Das war Schmerzmittel. Da müssen wir denn jetzt mal hin. Schmerzmittel? Wie kann ich den nehmen? Geben sie. Wo bist denn du? Ich hab das schon, ich hab das schon. Wo müssen wir denn hin? Ah, hier. Leucht die Tür! Nicht, oder? Das ist doch nicht... Das kann doch nicht dein Ernst sein. Hier sind Waffen! Hier sind Waffen? Das ist immer der, wenn der passiert. Eine Waffe. Und der AK. Ich glaube, da gibt's mir ihre. Schätzchen. Ah, warte. Ihr könnt euch jetzt mal bei dem Part hier, das ist jetzt zwar schon der dritte Part, ja. Aber könnt ihr mal in die Beschreibung schreiben, ob der Scheiß euch überhaupt gefällt. Und ob ihr da was noch mehr sehen wollt, was da ist. Bläst der Molly hier. Der ist auch so gut. Echt? Ja, weil du die Frau bist. Oh. Ja, wo soll ich jetzt wieder hin, alter? Ja, wo bist du denn? Du. Ja. Hä? Du bist hier aus der Tür raus. Warum kann man nicht den Feuerlöscher nehmen? Ich lade nach. Da hinten. Baseballschläger, ey. Ich zieh dir. Der Baseballschläger 1 über den Kopf, du Sau. Über den Kopf. Oder über den Kopf. Über den Kopf. Über den Kopf. Money. Money, hä? Money. Boah, Fettack! Scheiße, Chris. Egal. 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 Ich bin versichert. Weil du hast ja ne Beule. In der Hose. Von mir. Guck da. Oh, okay. Ich hab jemand Schmerz heute. Oh. Ich nehm die Pillen hier. Direktro-Schocker. Ah, mit dem Defi kann man Video überleben, hä? Das verstehst du. Ja, man. Lade. Ich hab das ja eigentlich gefühlt. Ups. Schatz. Jetzt hast du den. Ja, wir müssen auch die Tür öffnen, du Knecht. Scheiße, ey. Die kommen, ey. Die wollen uns. Wir gewinnen seine Dings. Los. Ich krieg mal hoch, ey. Ich komm zu dir im achten Stock. Doch ich frage was vergessen. Der Stock. Ja, kann mir meine helfen. Ich werd hier genommen. Nein. 011. Hehehe. Schau auf die Kopf. Ja. Stirb. Stirb. Uhps. Ihr war im Boden. Schmerzmittel schlucken. Oh. Der Fensterkurs kriegt näher auf die Zeige. Ey, Zombies ey die. Die drehten mich. Aber. Ich würde so nicht anders, hä? Ich würde so nicht anders, hä? Also ich stell erstmal den Alarm ab, gell? Ja mach mal Schmier an Müllfunter! Er springt auch soweit, ey Auf Müllfunter Oh, was war das denn? Ein Müllfunter Oh, was war das denn? Ein Müllfunter Echt? Einfach draufzumachen Kann ich dir helfen? Ja, ich weiß Ich geb dir mal Schuss Von hinten! Die Säufe! Ekelhaft! Ich bin voll gesprich Boah, Slay Der nächste Schlag bedeutet den Tod Cool Äh, wo kommen die ganzen Zombies? Ja Ja, du musst mal sehen, wie's nach bei mir Der Hunter, ey Ja, der Couch ist wie der Teamplayer Number One Ich lade nach Danke Achso Okay Komm Ja! Ja! Ries! Geil, ich halt einfach drauf, ja Und irgendwie enthalten mich Und mich halt keiner, weil mich keiner mag Ich hab mir den perfekten Alarm aus Hey Ich hab mir den perfekten Alarm aus, Mensch Jooooooohhhhhh Wo ist laden? Hast du noch ausgemacht? Mali, du fängst die Tür zu! Oh Gott Ich hab mir die Hose geschissen Was ist das denn hier? Hier sind Waffen Verarzt dich mal Na wie denn, ich hab doch nichts Das hat mir an der Mannschaft auch nicht geholfen Waffen! Oh danke, du hältst Hey, Hunter Gut, weiter, weiter Hier sind Waffen Alter, Alter, Alter Oh, schon mal die Schaltkern, Alter Hey, wo ist denn? Jetzt nämlich wieder die Akimbo Wo ist ein Muni? Da gab ja keine Muni hier Ne, aber du kannst nämlich einfach hier die Akimbo auf das Tor Oh Mann Hä? Wollen wir diese fette Waffe da schnappen Super, Waffen! Ich nehm die Schabke an Schabke an Schabke an Ich nehm auch eine Schabke an Ja, nehm mich wieder Kein Ding Auf dem Boden wurde festgenagelt Auf dem Boden wurde genagelt, gehämmert, ey Hier runter Jawohl, hier runter Hätt ich gesagt Die Zombies fliegen Rohrbombe 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 Ja, ja Ich wollte auf der Falle Er ist wie ein sauviele zu mir ist Das sind eh, der wenn Soll ich gerade eben Bartz, Bartz Aber hier sind auch nicht so viele Schatz Hier ist nichts Schätzchen Leg mich nicht um Und jetzt? Da hat die Ultra-Pelo-Stimme so Schätzchen Leg mich nicht um Warum laufe ich immer falsch? 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 Oh, Leute, ich kann ja sagen, ey Oh, mir läuft Die Schweiß am Arsch runter, ey Mir lebt die Brie am Arsch hinunter Oh, hier, da ist ein Schutzding Komm rein Warte, 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 ich bin doch nicht da Kevin beim Schutzding sind es ja auch dann schon wieder vorbei Hey Ja, wunderbar Boah, das ist heiß, ey Komm mal ran hier Rein da Und das ist so heiß Wie viel Grad haben wir denn heute, ey Boah, ich... Keine Ahnung So Ja, wacht doch jetzt alle hier rein, komm Wo ist der Coach? Hä? Der ist hängen geblieben Aber nicht nur, hör einen Punkt wieder Rein hier! Ja, komm Chris Ja, der Coach will nicht mit rein Ja, du musst selber erst rein, du Knicht Da kommt er hinterher So Hey, jetzt ist Schluss mit Lustig Jetzt ist Schluss mit Lustig Jetzt ist Schluss mit Lustig Und auch mit diesem Part Oh, Gott, war das wieder schlecht Die Überleitung Na ja, gut Das war peinlich Bis zum nächsten Video, meine Damen und Herren Schönen Abend